Lektion 1 – Willkommen zurück Hey John, ich kann nicht glauben, dass du endlich wieder zu Hause bist. Wie war deine Reise in die USA? Hey Anna, es fühlt sich großartig an, zurück zu sein. Die Reise war unglaublich. Ich habe so viele neue Orte gesehen und so viele interessante Menschen kennengelernt. Das ist der Hammer. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Hattest du irgendwelche Lieblingsmomente von der Reise? Ja, es gab so viele tolle Momente. Einer meiner Favoriten war, als ich zum Grand Canyon ging. Es war so ein ehrfurchtgebietender Anblick. Das kann ich mir nur vorstellen. Nein. Hast du Fotos gemacht? Ja, viele. Die muss ich euch später zeigen. Ich würde sie gerne sehen. Hatten sie Probleme mit den Flügen oder so? Nein, es hat alles reibungslos geklappt. Es war ein langer Flug, aber ich habe es geschafft, im Flugzeug ein wenig zu schlafen. Das ist gut. Hast du irgendwelche Souvenirs oder Geschenke für jemanden mitgebracht? Ja, das habe ich. Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist in meiner Tasche, lass es mich für dich holen. Oh wow, das hättest du nicht tun müssen. Was ist es? Es ist ein Schlüsselanhänger mit der New Yorker Skyline drauf. Ich dachte, es könnte dir gefallen. Oh, das ist so süß von dir. Danke, John. Kein Problem, Anna. Ich habe auch ein paar Sachen für meine Familie und Freunde bekommen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Reaktionen zu sehen, wenn ich ihnen ihre Geschenke überreiche. Ich bin mir sicher, dass sie begeistert sein werden. Also, was sind deine Pläne, jetzt, wo du zurück bist? Nun, ich habe vor, mir ein paar Tage Zeit zu nehmen, um mich auszuholen und mich vom Jetlag zu erholen. Und dann gehe ich bald wieder an die Arbeit. Das klingt nach einem guten Plan. Und das sollten wir auf jeden Fall bald ordentlich nachholen. Ich möchte alles über ihre Reise erfahren. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, euch alles zu erzählen. Und vielleicht können wir ja auch mal einen kleinen Ausflug zusammen planen. Das wäre toll. Ich freue mich schon darauf. Ich auch, Anna. Es ist schön, wieder da zu sein. Lektion 2. Geld umtauschen Hallo, wie kann ich dir heute helfen? Hallo, ich muss etwas Geld umtauschen. Wechseln Sie hier Fremdwährungen? Ich habe ein paar Kanadische Dollar, die ich in US-Dollar umtauschen möchte. Klar, das können wir für dich machen. Wie viel möchten Sie umtauschen? Ich habe 1000 kanadische Dollar, die ich umtauschen möchte. Okay, lass mich den Wechselkurs für dich überprüfen. Okay, es sieht so aus, als ob der aktuelle Kurs zwischen 1 kanadischen Dollar und 0,81 US-Dollar liegt. Für 1000 kanadische Dollar wären das also 810 US-Dollar. Okay, das hört sich gut an. Können Sie mir ein wenig darüber erzählen, wie die Wechselkurse funktionieren? Sicher. Wechselkurse sind der Wert einer Währung im Vergleich zu einer anderen. Sie ändern sich ständig in Abhängigkeit von Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Zinssätzen und politischen Ereignissen. Das ist interessant. Haben Sie Tipps für den sicheren Währungsumtausch auf Reisen ins Ausland? Ja, es ist immer eine gute Idee, seine Währung in einer seriösen Wechselstube oder Bank umzutauschen. Sie sollten es auch vermeiden, Geld auf der Straße oder mit Personen zu wechseln, die sich Ihnen nähern, da diese möglicherweise versuchen, Sie zu betrügen. Gut zu wissen! Wie sieht es mit der Verwendung von Kreditkarten oder Geldautomaten aus? Die Verwendung von Kreditkarten oder Geldautomaten kann bequem sein, aber seien Sie sich der möglicherweise anfallenden Auslandstransaktionsgebühren oder Geldautomatengebühren bewusst. Es ist auch eine gute Idee, Ihre Bank oder Ihr Kreditkartenunternehmen vor Ihrer Reise zu benachrichtigen, damit Sie Ihre Transaktionen nicht als betrügerisch kennzeichnen. Danke für den Rat! Haben Sie interessante Geschichten über die Arbeit in einer Wechselstube? Das tue ich tatsächlich! Einmal kam ein Kunde mit einem großen Koffer voller Bargeld herein. Er war ein Geschäftsmann aus Südamerika und hatte sein ganzes Geld bei sich getragen, weil er den Banken nicht traute. Wow, das ist eine Menge Geld, das man mit sich herumtragen muss. Ja, es war ein schöner Anblick. Wir mussten das gesamte Geld von Hand zählen und es dauerte Stunden, bis wir die Transaktion abgeschlossen hatten. Aber am Ende war er mit dem Wechselkurs zufrieden und ging mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Das ist eine ziemliche Geschichte. Es ist erstaunlich, wie unterschiedliche Kulturen und Erfahrungen unsere Sicht auf Geld und Währung prägen können. Auf jeden Fall! Geld ist eine universelle Sprache, aber es ist auch eng mit Kultur und Geschichte verbunden. Das macht die Arbeit in einer Wechselstube so interessant. Das kann ich mir vorstellen. Danke für den Austausch und das tolle Gespräch. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, wenn ich wieder Geld umtauschen muss. Jederzeit und habt einen schönen Tag! Lektion 3 Überprüfung der Arbeitsleistung Anna, danke, dass du hereingekommen bist. Ich wollte mit Ihnen über Ihre Leistung im letzten Jahr sprechen. Klar, kein Problem. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Nun, insgesamt denke ich, dass du einen tollen Job gemacht hast. Sie haben ihre Ziele erreicht und ihre Arbeit war von hoher Qualität. Das ist gut zu hören. Es gibt jedoch ein paar Bereiche, in denen man sich meiner Meinung nach verbessern könnte. Sie könnten zum Beispiel an Ihren Kommunikationsfähigkeiten arbeiten und proaktiver nach Feedback und Wachstumsmöglichkeiten suchen. Okay, ich werde auf jeden Fall versuchen, an diesen Dingen zu arbeiten. Großartig! Lassen Sie uns nun über Ihre Beförderung sprechen. Wie Sie wissen, steht der Überprüfungsprozess an und ich habe Sie für eine Beförderung in Betracht gezogen. Wow, das sind tolle Neuigkeiten. Wie schätzen Sie meine Chancen ein? Nun, ich denke, du hast gute Chancen. Es gibt jedoch viele Faktoren, die in die Entscheidung einfließen, darunter Ihre Leistung im vergangenen Jahr, Ihr Wachstumspotenzial und die Bedürfnisse des Unternehmens. Ich verstehe. Kann ich irgendetwas tun, um meine Chancen auf die Beförderung zu erhöhen? Ja, da gibt es ein paar Dinge. Erstens, bleiben Sie auch zeigen Sie Ihre Führungs- und Teamfähigkeiten, indem Sie mehr Verantwortung übernehmen und mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten. Und schließlich stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Leistungen und Beiträge effektiv an mich und den Rest des Management-Teams kommunizieren. Okay, ich werde diese Dinge auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vielen Dank für das Feedback und die Anleitung. Natürlich. Denken Sie daran, selbst wenn Sie dieses Mal nicht befördert werden, bedeutet dies nicht, dass Sie in Ihrer Karriere nicht weiter wachsen und vorankommen können. Arbeiten Sie weiter hart und suchen Sie nach Entwicklungsmöglichkeiten. Das werde ich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ermutigung. Gern geschehen. Und nur um Sie wissen zu lassen, werde ich meine Empfehlung für die Beförderung bald an die Vorgesetzten weitergeben. Halten Sie also Ausschau nach Updates. Wird schon gehen. Nochmals vielen Dank. Kein Problem. Und machen Sie weiter so. Lektion 4. Treffen mit den wichtigen Kunden. Also, wie fühlst du dich bei dem Treffen mit den Klienten? Ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Sie sind wirklich wichtige Kunden und ich möchte sicherstellen, dass alles reibungslos verläuft. Ich verstehe. Aber mach dir nicht zu viele Sorgen. Wir haben uns ausgiebig auf dieses Treffen vorbereitet und haben einen soliden Plan. Das stimmt. Ich möchte einfach einen guten Eindruck hinterlassen und Ihnen zeigen, dass wir die beste Option für Ihr Geschäft sind. Und das werden wir. Wir haben ein großartiges Team und haben in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse für andere Kunden erzielt. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich bin nur ein bisschen ängstlich, weil dies eine so große Chance für uns ist. Das verstehe ich vollkommen. Aber denken Sie daran, Angst ist nur ein normaler Teil des Prozesses. Es zeigt, dass Ihnen das Ergebnis am Herzen liegt und Sie sich für den Erfolg des Meetings einsetzen. Das ist eine gute Art, darüber nachzudenken. Danke für das aufmunternde Gespräch. Kein Problem. Gibt es noch etwas, das Sie besprechen möchten, bevor wir ins Büro zurückkehren? Eigentlich ja. Ich dachte, wir sollten die Präsentation noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass wir alles abgedeckt haben. Das ist eine gute Idee. Lassen Sie es uns gemeinsam im Auto durchgehen und letzte Anpassungen vornehmen. Hört sich gut an. Und glauben Sie, dass wir genug Zeit haben, um mögliche Fragen der Kunden zu besprechen? Auf jeden Fall. Wir können den Rest der Autofahrt nutzen, um ein Brainstorming über einige mögliche Fragen durchzuführen und Antworten zu finden. Perfekt. Ich schätze Ihre Gründlichkeit und Liebe zum Detail sehr. Natürlich. Wir wollen so gut wie möglich auf dieses Treffen vorbereitet sein. Und ich habe Vertrauen in unser Team und unsere Fähigkeit, die Kunden zu beeindrucken. Dem stimme ich zu. Und wenn dieses Treffen vorbei ist, können wir uns ein wenig entspannen und unseren Erfolg feiern. Das klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf. Na ja, wir sind jetzt fast wieder im Büro. Lassen Sie uns die Präsentation durchgehen und uns darauf vorbereiten, dieses Meeting aus dem Park zu werfen. Lass es uns tun. Vielen Dank, dass Sie ein so großartiger Partner in diesem Prozess sind. Jederzeit. Wir stecken da gemeinsam drin. Lektion 5 Toller Campingausflug Das war ein toller Campingausflug. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben. Ich auch. Es war so schön, dem hektischen Treiben des Stadtlebens zu entfliehen und einfach die Natur zu genießen. Und diese Zeit mit dir verbringen zu können, war das Beste daran. Ich habe das Gefühl, dass wir uns wirklich auf einer tieferen Ebene verbunden haben. Mir geht es genauso. Es war so schön, sich einfach zu entspannen und die Gesellschaft des Anderen ohne Ablenkungen zu genießen. Und dieses BBQ, das wir jetzt veranstalten, ist der perfekte Abschluss der Reise. Ich liebe es, im Freien zu kochen und es war großartig, diese Erfahrung mit dir zu teilen. Ich muss sagen, diese Marshmallows, die wir rösten, sind die besten, die ich je gegessen habe. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich gut darin, Marshmallows zu rösten. Es geht darum, die perfekte Balance zwischen knusprig und klebrig zu finden. Du hast auf jeden Fall ein Talent dafür. Und es hat Spaß gemacht, einfach hier am Feuer zu sitzen, Marshmallows zu rösten und zu reden. Einverstanden. Es sind Momente wie diese, die mich das Leben und all seine einfachen Freuden wirklich schätzen lassen. Und ich denke, es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um diese Momente zu schätzen. Manchmal sind wir so sehr im Alltag gefangen, dass wir vergessen, uns nur an den kleinen Dingen zu erfreuen. Das ist so wahr. Und deshalb bin ich dankbar für diesen Campingausflug. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, langsamer zu werden und einfach im Moment zu sein. Und ich bin dankbar für dich. Vielen Dank, dass Sie diese Reise geplant haben und ein so großartiger Partner sind. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich freue mich einfach, diese Erfahrung mit Ihnen teilen zu können. Naja, ich weiß es trotzdem zu schätzen. Und ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer. Ich auch. Und wer weiß, vielleicht werden wir beim nächsten Mal sogar besser darin, Marshmallows zu rüsten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das tun werden. Aber jetzt genießen wir einfach diesen Moment und die schöne Landschaft um uns herum. Einverstanden. Auf einen tollen Campingausflug und viele weitere Abenteuer, die noch kommen werden. Lektion 6 Marketingstrategie für unsere neue Linie elektronischer Zahnbürsten Wir müssen uns also eine Marketingstrategie für unsere neue Linie elektronischer Zahnbürsten einfallen lassen. Irgendwelche Ideen? Nun, ich denke, wir sollten damit beginnen, die Vorteile der Verwendung einer elektronischen Zahnbürste gegenüber einer manuellen Zahnbürste hervorzuheben. Das ist ein guter Punkt. Wir könnten uns darauf konzentrieren, wie es mehr Plagg entfernen und die Zahnflöschgesundheit verbessern kann. Genau. Und wir könnten auch die verschiedenen Modi und Einstellungen hervorheben, die unsere Zahnbürste zu bieten hat. Und wir könnten verschiedene demografische Gruppen mit unterschiedlichen Botschaften ansprechen. Wir könnten uns zum Beispiel auf die Bequemlichkeit für vielbeschäftigte Berufstätige oder auf die lustigen und interaktiven Funktionen für Kinder konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Und wir könnten auch Social-Media-Kampagnen erstellen, die echte Menschen mit unserer Zahnbürste und ihre positiven Erfahrungen zeigen. Und wir könnten auch mit Zahnärzten und Influenzern zusammenarbeiten, um unser Produkt bekannt zu machen. Ja, das ist eine tolle Idee. Wir könnten sogar einige Werbeaktionen durchführen, bei denen die Leute Rabatte oder kostenlose Produkte erhalten können, wenn sie ihre Erfahrungen mit unserer Zahnbürste in den sozialen Medien teilen. Und wir könnten auch Aufklärungsinhalte über Mundgesundheit und die Vorteile der Verwendung einer elektronischen Zahnbürste erstellen, um uns als vertrauenswürdige Autorität in der Branche zu positionieren. Das gefällt mir. Und wir könnten auch einige auffällige Verpackungen und Point-of-Sale-Displays entwerfen, um die Aufmerksamkeit der Menschen in den Geschäften zu erregen. Auf jeden Fall. Und wir könnten einige gezielte Anzeigen auf Such- und Social-Media-Plattformen schalten, um unsere ideale Zielgruppe zu erreichen. Und wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Website für Suchmaschinen optimiert ist, damit die Leute uns online leicht finden können. Großartiger Punkt. Und wir könnten auch eine Zufriedenheitsgarantie anbieten, um den Leuten Sicherheit zu geben, wenn sie unser Produkt ausprobieren. Wo insgesamt denke ich, dass sich unsere Strategie darauf konzentrieren sollte, die Vorteile hervorzuheben, ansprechende und lehrreiche Inhalte zu erstellen und Partnerschaften und Werbeaktionen zu nutzen, um die Nachricht zu verbreiten. Einverstanden. Und ich denke, wenn wir diese Strategie gut umsetzen, könnten wir auf dem Markt wirklich für Furore sorgen und uns als führend in der Branche der elektronischen Zahnbürsten etablieren. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, mit dieser Kampagne zu beginnen und zu sehen, wie sie funktioniert. Ich auch. Machen wir uns an die Arbeit und setzen wir es um. Lektion 7. Das chinesische Essen ist fantastisch. Dieses chinesische Essen ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, wie würzig und lecker alles ist. Ich weiß, oder? Ich sehne mich seit Wochen nach gutem chinesischem Essen und das trifft definitiv den Punkt. Und der Service ist auch super. Unser Kellner ist so freundlich und hilfsbereit. Absolut. Es ist so schön, ein gutes kulinarisches Erlebnis zu haben, bei dem sich einfach alles richtig anfühlt. Und das Ambiente dieses Restaurants ist so gemütlich und einladend. Ich habe das Gefühl, ich könnte einfach die ganze Nacht hier bleiben. Ich auch. Und ich liebe es, wie sie traditionelle chinesische Dekorationen und Musik im Hintergrund haben. Es trägt wirklich zum Gesamterlebnis bei. Und das Essen ist einfach unglaublich. Dem stimme ich zu. Ich liebe dieses Kung Paar Huhn besonders. Die Erdnüsse und Gewürze machen es wirklich zu etwas Besonderem. Und diese scharfsauere Suppe ist so würzig. Es ist die perfekte Balance zwischen würzig und sauer. Und diese Knödel sind einfach die besten. Ich könnte sie den ganzen Tag essen. Und vergessen wir nicht den gebratenen Eierreis. Es ist so fluffig und perfekt gekocht. Ich denke, wir werden nach all dem Essen hier raus müssen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Einverstanden. Und ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, in dieses Restaurant zu kommen. Nein. Es ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr. Hier ist es genauso. Und ich denke, es ist eine Erinnerung daran, immer neue Dinge auszuprobieren und verschiedene Küchen zu erkunden. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist es, was Essen so interessant macht. Es bringt Menschen zusammen und ermöglicht es uns, neue Geschmacksrichtungen und Kulturen zu erleben. Und es geht nicht nur um das Essen, sondern auch um die Erinnerungen und Erfahrungen, die wir beim Genießen schaffen. Das ist so wahr. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich mich nach einem guten Essen in guter Gesellschaft immer so glücklich und erfüllt fühle. Ich auch. Und ich bin so froh, dass wir diese Erfahrung gemeinsam teilen konnten. Hier ist es genauso. Und damit denke ich, dass wir noch eine runde Knödel bekommen sollten, bevor wir gehen. Klingt nach einem Plan. Ich habe Probleme, mich von zu Hause aus mit dem Büronetzwerk zu verbinden. Ich muss einige Arbeiten beenden, aber ich kann die Verbindung nicht zum Laufen bringen. Das ist frustrierend. Haben Sie versucht, Ihren Router zurückzusetzen? Ja, das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, aber es funktioniert immer noch nicht. HMM, wie sieht es mit einem VPN aus? Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe vergessen, dass wir einen VPN-Dienst haben. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es einrichten soll. Das ist eigentlich ganz einfach. Laden Sie einfach die VPN-Software von der Website unseres Unternehmens herunter, geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und schon kann es losgehen. Das hört sich einfach an. Danke für den Vorschlag. Ich werde es versuchen. Kein Problem. Und wenn das nicht funktioniert, können Sie auch versuchen, sich über den Hotspot Ihres Telefons mit dem Netzwerk zu verbinden. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Das könnte als Backup-Lösung funktionieren. Ja, ich denke, das ist immer eine Option. Aber ich möchte wirklich nicht den ganzen Weg hineinfahren müssen. Ich verstehe. Und hoffentlich funktioniert eine dieser Lösungen für Sie. Lass es mich einfach wissen, falls du weitere Hilfe benötigst. Danke, ich weiß es zu schätzen. Und ich bin froh, dass ich Sie als Mitarbeiter habe, der mir in solchen Situationen hilft. Jederzeit. Wir sitzen alle im selben Boot und ich möchte sicherstellen, dass wir alle so produktiv wie möglich sein können, auch wenn wir von zu Hause aus arbeiten. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich bin so froh, dass die VPN-Lösung für Sie funktioniert hat. Ich auch. Und ich bin wirklich dankbar für Ihre Hilfe. Ich war vorher so frustriert und festgefahren, aber Ihre Vorschläge haben wirklich den Tag gerettet. Das ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich immer, einem Kollegen in Not zu helfen. Und ich werde mir diese Lösungen auf jeden Fall für die Zukunft merken, falls ich auf ein ähnliches Problem stoße. Das ist eine gute Idee. Es ist immer hilfreich, Backup-Pläne und Lösungen zu haben, falls etwas schief geht. Und ich denke, es ist nur eine weitere Erinnerung daran, wie wichtig es ist, ein gutes Team und ein gutes Unterstützungssystem am Arbeitsplatz zu haben. Absolut. Wir sind alle hier, um uns gegenseitig zu helfen und sicherzustellen, dass wir unsere beste Arbeit leisten können. Nun, nochmals vielen Dank. Ich werde mit meiner Arbeit beginnen, jetzt, wo ich verbunden bin. Und ich fühle mich dank Ihrer Hilfe viel positiver und produktiver. Jederzeit. Und lass es mich wissen, falls du weitere Hilfe benötigst. Wir sitzen alle im selben Boot. Lektion 9 Skulptur mit Spaß zeichnen Ich liebe diese Skulptur. Es ist so einzigartig und interessant. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Zeichnen zu beginnen. Ich auch. Ich denke, es wird wirklich Spaß machen, die Winkel und Formen auf der Leinwand festzuhalten. Auf jeden Fall. Und es wird interessant sein zu sehen, wie wir es beide auf unsere eigene Weise interpretieren. Das ist das Schöne an der Kunst. Jeder sieht die Dinge anders, und das macht es so besonders. Genau. Und ich denke, es wird Spaß machen, unsere fertigen Stücke zu vergleichen und zu sehen, wie sie sich unterscheiden. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht lernen wir sogar etwas von den Techniken des anderen. Das ist ein guter Punkt. Ich liebe es immer, mich von anderen Künstlern inspirieren zu lassen und neue Dinge zu lernen. Ich auch. Und ich denke, das ist es, was Kunst so lohnend macht. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu erforschen. Und ich denke, diese Skulptur ist das perfekte Thema für uns, um genau das zu tun. Einverstanden. Und es ist auch schön, einfach hier sitzen und ohne Ablenkung malen zu können. Es ist so entspannend. Ja, es ist schön, einfach für eine Weile der Welt zu entfliehen und sich darauf zu konzentrieren, etwas Schönes zu schaffen. Und ich denke, das ist der Grund, warum Kunst so wichtig ist. Es ermöglicht uns, uns auszudrücken und uns mit unseren Emotionen auf eine Weise zu verbinden, wie es Worte nicht immer können. Das ist so wahr. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich nach einer Mahl-Session immer so erfüllt fühle. Und ich denke, diese Skulptur wird eines meiner Lieblingsstücke sein. Meiner auch. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich denke, wir werden beide etwas ganz Besonderes schaffen. Dem stimme ich zu. Und ich bin so dankbar, diese Erfahrung mit Ihnen teilen zu können. Hier ist es genauso. Und ich denke, es ist nur eine weitere Erinnerung daran, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man seine Leidenschaften teilen kann. Absolut. Und ich bin froh, dass wir uns gegenseitig in unseren künstlerischen Bestrebungen inspirieren und unterstützen können. Ich auch. Und damit werde ich mich wieder der Malerei zuwenden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Hier ist es genauso. Lasst uns etwas Schönes schaffen. Mehrere Stunden vergehen, während beide an ihren Bildern arbeiten. Wie geht es deiner Malerei? Es läuft gut. Ich genieße es sehr, mit dem Licht und dem Schatten auf der Skulptur zu spielen. Das ist großartig. Ich kann sagen, dass Sie wirklich die Essenz davon einfangen. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Es kommt voran. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich die komplizierten Details der Skulptur einfangen kann, ohne die Gesamtform zu verlieren. Ich weiß, was du meinst. Es ist eine Heikere Balance. Es ist eine Heikere Balance. Aber ich denke, ich bin auf dem Weg dorthin. Und es war wirklich hilfreich, Ihren Input und Ihr Feedback zu haben. Jederzeit. Und ich denke, das ist es, was diese Erfahrung so besonders macht. Wir schaffen nicht nur etwas für uns, wir schaffen etwas gemeinsam. Einverstanden. Und ich denke, das ist es, was die Kunst so mächtig macht. Es hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und etwas Sinnvolles zu schaffen. Wo und es geht nicht nur um das Endprodukt, es geht um die Reise und den Prozess, etwas aus dem Nichts zu schaffen. Das ist so wahr. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich nach einer Malsession immer so erfüllt fühle. Es geht nicht nur um das fertige Stück, es geht um die Erfahrung, es zu schaffen. Und ich denke, deshalb sollten wir uns immer Zeit für unsere Leidenschaften nehmen, egal wie hektisch unser Leben wird. Es ist wichtig, dieses Ventil und diesen Raum zu haben, um kreativ zu sein. Dem kann ich nur zustimmen. Und ich bin so glücklich, Dich als Freund und Künstlerkollege zu haben, mit dem ich diese Erfahrung teilen kann. Hier ist es genauso. Und ich bin gespannt, wie unsere Bilder werden. Ich habe das Gefühl, dass sie etwas ganz Besonderes sein werden. Ich auch. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Es sind Momente wie diese, die das Leben so lebenswert machen. Einverstanden. Und ich denke, es ist eine Erinnerung daran, sich immer Zeit für die Dinge zu nehmen, die uns Freude und Erfüllung bringen. Absolut. Und damit werde ich mich wieder der Malerei zuwenden. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das entwickelt. Hier ist es genauso. Lasst uns weiterhin etwas Schönes schaffen. Lektion 10 Geburtstagskuchen zum Geburtstag unserer Tochter Also, was für einen Kuchen sollten wir deiner Meinung nach zum Geburtstag unserer Tochter bekommen? Nun, sie liebt Schokolade, also dachte ich, wir könnten einen Schokoladenkuchen mit einer lustigen Dekoration obendrauf bekommen. Das ist eine tolle Idee. Und mir ist aufgefallen, dass diese Konditorei viele verschiedene Möglichkeiten hat. Willst du reingehen und einen Blick darauf werfen? Oh, sieh dir das an. Es ist ein Schokoladenkuchen mit Regenbogenstreuseln obendrauf. Das sieht echt lustig aus. Und es ist groß genug, um alle Freunde unserer Tochter auf der Party zu ernähren. Genau. Und dieser hat ein süßes Einhorn obendrauf. Ich denke, unsere Tochter würde das lieben. Oh, das ist niedlich. Und es ist ein Vanillekuchen, der ein schöner Kontrast zu all den Schokoladenleckereien wäre, die wir auf der Party essen werden. Guter Punkt. Und es sieht so aus, als hätten sie auch ein Sonderangebot, bei dem wir Kupcarkes zum Kuchen bekommen können. Das ist eine tolle Idee. Wir können eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen für die Kupcarkes haben und sie sorgen auch für eine schöne Präsentation. Auf jeden Fall. Und ich weiß, dass unsere Tochter Kupcarkes liebt, also wird sie begeistert sein. Okay, lass uns den Schokoladenkuchen mit den Regenbogenströseln und dem Einhorn obendrauf bestellen und die Kupcarkes dazu. Hört sich gut an. Und wir sollten Sie auch bitten, den Namen unserer Tochter auf den Kuchen zu schreiben, oder? Ja, das können wir. Und möchtest du noch andere Dekorationen oder Partyzubehör besorgen, während wir hier sind? Eigentlich dachte ich, wir könnten als nächstes in den Partybedarfsladen gehen und ein paar Luftballons und Luftschlangen kaufen, um das Haus zu dekorieren. Das ist eine tolle Idee. Und wir können auch ein paar Partygeschenke für die Kinder mit nach Hause nehmen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich möchte sicherstellen, dass die Party unserer Tochter unvergesslich wird. Ich auch. Und ich denke, wir haben mit diesem Kuchen einen guten Start hingelegt. Es sieht köstlich aus. Dem stimme ich zu. Unsere Tochter wird es lieben. Lassen Sie uns fortfahren und die Bestellung aufgeben. Ich kann nicht glauben, dass unsere Tochter schon sieben Jahre alt wird. Es fühlt sich an, als wäre sie erst gestern geboren worden. Ich weiß. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Aber ich bin so aufgeregt, ihren besonderen Tag mit all ihren Freunden zu feiern. Ich auch. Und ich denke, mit diesem Kuchen und all dem Partyzubehör, das wir bekommen, wird es eine großartige Party. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir das gemeinsam machen. Die Planung einer Party kann stressig sein, aber es ist schön, einen Partner zu haben, mit dem man die Last teilen kann. Absolut. Und ich denke, unsere Tochter wird all die Mühe zu schätzen wissen, die wir uns geben, um ihren Geburtstag zu etwas Besonderem zu machen. Ich hoffe es. Sie ist so ein süßes und liebevolles Mädchen. Sie verdient das Beste. Und ich kann es kaum erwarten, ihr Gesicht leuchtend zu sehen, wenn sie den Kuchen und all die Dekorationen sieht. Das wird ein toller Tag. Und ich bin so froh, dass wir diese Konditorei gefunden haben. Die Kuchen sehen fantastisch aus. Ja, wir werden uns diesen Ort auch für zukünftige Veranstaltungen merken müssen. Vielleicht bekommen wir ja einen Kuchen zum Jubiläum oder so. Das ist eine tolle Idee. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch andere Leckereien haben, die wir probieren können. Auf jeden Fall. Aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, den Geburtstag unserer Tochter zum bisher Besten zu machen. Klingt nach einem Plan. Lasst uns zum Partybedarfsladen gehen und alles besorgen, was wir brauchen, um diese Party unvergesslich zu machen. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.